Ja moin, willkommen zurück in Paper Trail, dem Spiel zur faltbaren Wirklichkeit. Nun, so, was machen wir denn hier? Ah, da sehe ich schon was. Hier sehe ich was und da oben sehe ich was. Okay, das meinst du können wir machen? Ah, das können wir machen. Okay. Gut, das ist aber erst für den Schluss gedacht, ne? Ne, das bleibt so, das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, kann ich das hier auch ein Ding ziehen? Ja, kann ich. Ich muss wahrscheinlich beide anbringen, oder? Hier, guck mal, das kann ich gar nicht... Hey, das funktioniert gar nicht. Hier haben wir auch was. Okay, ich werde sie wohl alle aktivieren müssen, ne? Kann das sein? Oh. Ah ja, okay. Und jetzt kannst du da rüber gehen, oder wie? Ah, so funktioniert das. Okay. Clever. Sehr clever. Aber hier komme ich gar nicht da dran, ne? Doch, komme ich. Guck mal, so. Ach, das ist ja cool. Ach, das ist ja nett gemacht. Okay. Äh, ja. Dich soll ich rüberkriegen, ne? Haben wir hier irgendwas, was... Ne, hier haben wir nichts weiter. So. Okay, damit könnte ich dich verschieben, aber... Äh, im Prinzip, ich brauche dich doch gar nicht... Doch, ich brauche dich, natürlich. Weil... Ich hätte gerne, dass du da hingehst. Aber hier komme ich noch nicht rüber, ne? Da, ja, 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 okay. Ähm... Das ist cool. Da unten haben wir aber auch noch einiges da drunter. Okay. Ja, schön. So einfach war es nicht, ne? Ah, ja, klar. Oder kann ich das hier irgendwie... Ne, ich kann das nicht abkürzen. Okay, es war wahrscheinlich noch keine so gute Idee, darüber zu gehen, ne? Na gut, aktivieren wir das nochmal. Gehen wir hier hin. Und dann... Wie machen wir es jetzt? Hier unten. Das geht nicht so ganz. Das könnte funktionieren, aber da darf ich nicht dort stehen, ne? Warte mal, vielleicht geht das ja so, wenn ich da hingehe. Und hier. Und das dann so mache. Ja, guckst du. Okay, jetzt... Ne, ah, der geht wieder zurück. Ah, das ist ja doof. Das ist ja blöd. Wie machen wir das jetzt hier? Okay, warte mal. Ich muss den so... Und dann stelle ich mich da drauf. Und dann so... Und dann... Aber nun funktioniert das ja nicht. Mäh. Hm. Okay. Also musst du doch hier irgendwo stehen, oder was? Hier wahrscheinlich, ne? Ne, ist egal. So, jetzt... Na, siehste. Okay, erstmal den retten. Wunderbar. So, die Frage ist nur, wo muss er denn hin? Äh... Wahrscheinlich gar nichts, ne? Ich muss den nur... Muss ich den hier hinziehen? Weiß ich nicht. Muss ich den da rüber bringen? Irgendwas sagt mir... Ne, ah, Moment, halt. Idee. Ich ziehe den... Ich ziehe den... Ich schiebe den da rüber. Hier an diese Seite, damit ich hier mehr Platz bekomme. Und dann machen wir das so. Und dann machen wir das... Nicht so. Ich muss ihn hier drauf bekommen. Das ist... Das ist der Task. Wenn ich ihn da drauf bekomme. Aber warte mal, wird er denn nicht nur aktiviert? Oh nein, da ist die... Ah, da ist die Stufe dazwischen. Kriege ich das so irgendwie hin? Nein. Ach so, und das funktioniert nicht, weil hier die Ecke ist, ne? Ah, das ist ja tricky. Hallo? So könnte das auch gehen. Man weiß es nicht. Hier rüber. Okay. Aber das bringt doch gar nichts, oder? Ne, das aktiviert nur die Energie. Also kann das hier schon mal nicht sein. Okay. Na, schiebe ihn mal da runter. Das kann es nicht sein. Hm. Wie hättest du es dann gerne? Okay. Ich soll ihn offenbar da rüber bringen, ne? Das heißt aber, dass ich ihn tatsächlich erstmal hier drauf stellen... Oh, warte. Dass ich ihn... Äh, so. Dass ich ihn tatsächlich erstmal hier drauf platzieren muss. So. Und da. Und dann so. Und jetzt hier. Ja, das wird nichts. Hm. Okay. So, jetzt kann ich den da rüber stellen. Okay. So weit zu Gucci. Jetzt kann ich ihn da rüber schieben. Ja. Gut. Das hat funktioniert. Ah. Schön. Okay. So. Noch kein Origami. Na, fein. Okay. Hiermit kann ich Energie holen. Und komme ich da rüber. Wunderbar. Hier kann ich Energie da rüber zuppeln. Okay. Hilft mir das irgendwie weiter? Eigentlich nicht so, ne? Hm. Das hier ist irgendwie gar nichts. Ne. Was haben wir da oben? Da ist auch noch Energie. Halt. Warte. So. Ja, cool. Das bringt hier jetzt nichts. So, dann schiebe ich den zurück. Genau. Also, ich müsste erstmal hier drauf kommen. So. Wunderbar. Dann. Ah, halt. Ich muss natürlich auch vorher drauf steigen, ne? Ja. Halt. Jupp. Okay. Jetzt muss ich irgendwie Energie da ran bekommen. Wie kriege ich das hin? Äh, nee. So nicht. Der ist schon eingeklappt, ne? Ja. Okay. Wie kriege ich denn da Energie hin? Den kann ich wieder zurückziehen? Hm. Kann ich hier Energie weiterspalten? Ne, das geht nicht, weil da ist Ende. Okay. Und das hier wird vermutlich auch... Doch, das funktioniert. Ah, siehste. Na, guckst du. So, damit komme ich irgendwie da hin. Schön. Äh. Ja, jetzt komme ich hier. Da, oder? Das war vielleicht gar nicht so eine gute Idee, ne? Geh nochmal hier drauf, bitte. Dann machen wir das so. Und dann gehe ich da rüber. Aber wenn ich den hier jetzt wegzupple... Ach, doch. Doch, alles cool. Doch, alles cool. So. Da, ein Origami. Wir haben mal wieder eins. Sehr schön. Okay. Okay. Ich habe nicht darauf geachtet, wo die Energielinien sind. Da sind die Energielinien. So. Hier drauf. Dann kommen wir schon mal da rüber. Das ist ja schon mal was. So, da ist eine eins. Hier ist eine vier. Also soll ich das irgendwie hier rüber klappen, ne? Ja, funktioniert nicht so ganz. Okay. Also brauchen wir nochmal Energie. Ne, halt. Wie kriege ich denn Energie darüber? Vermutlich nicht hier entlang, ne? Das klappt nun nicht. Wo war die vier nochmal? Hier ist die vier. Okay. Bis dahin muss ich kommen. Da komme ich aber gar nicht hin. Also muss das so passieren. Das heißt, den bis hier hin. Den irgendwie bis dahin. Dazu muss ich aber erstmal da rüber kommen. Das wird nix. Ne. Huh. Wie komme ich denn da? Wie kriege ich denn da Energie hin? Hier müsste ich Energien bekommen, um da kurz zu parken. Das wird natürlich nichts. Das auch nicht. La, 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 la. Ähm. Ist hier unten noch Energie? Hier ist noch Energie. Okay. So. Äh. Naja. Das war fast gut. Aber eben nur fast. Hm. Bis hierhin alles prima. Wie kriege ich denn... Hier mit... Nee. Hm. Nee, das ist Käse. Hm. So nicht. Hm. Okay. Wie ich das schräg rüber liege, das bringt natürlich auch nichts. Nee, klar. Nein, das bringt gar nichts. Okay. Ich bekomme Energie bis dahin. Aber nicht weiter. Hier. Wie kriege ich denn... Warte mal. Wenn ich die abklemme, dann komme ich immerhin bis da. So. Und dann kann ich den hier hochziehen. Ah. Das passt gerade eben nicht. Ah. Sonst hätte ich gehofft, hier rüber zu können. Und da kurz mal einen Ausweg zu suchen. Hm. Auf die Leitung kann ich natürlich nicht gehen. Klar. Und irgendwie schräg verlegen kann ich es auch nicht. Klasse. Das wird gar nichts. Ach, womit? Ich kann doch da draufsteigen. So. Und warte. Nein, 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 nein. Alter, was mache ich denn hier? Geh mal da hoch. Und jetzt so. Okay. Damit ist hier Energie. Bleibt die denn? Ah, die bleibt. Okay. Gut. Na ja. Okay. Aber. Wo muss ich denn hinsteigen? Ja, das ist alles ganz prima. Also ich muss erst hier hingehen. Damit ich den... Ne, und das bringt nämlich gar nichts. Hm. Kann ich den hier dann irgendwie anbinden? Warte mal, so wird es nicht... Ne, das wird nicht funktionieren. Ich könnte hier runter gehen. Könnte... Achso, stimmt. Gehen wir einfach... Warte mal, so komme ich da drauf. Das ist ja schon mal was. Dann komme ich damit da rüber. Dann kann ich hier... Den da anbringen. Okay, super. Äh... Hm. Krass. Achso, das hier wieder? Genau. Und dann kann ich da rüber tapsen. Herrlich. Okay. Origami gefunden. Ein Nashorn. Ein Drittel von einem Triketcher-Raptops. Ein Drittel? Okay. Ja, schön. Ah, ich hätte mal gucken sollen, wie viele wir jetzt geschafft haben, ne? Naja. Naja. So. Das ist drin. Das brauchen wir nicht mehr. Äh... Das hier ist doch auch noch eingeklappt, ne? Muss ich wieder da rüber gehen, vermutlich. So. Und jetzt würde ich gerne... Ah. Achso, das funktioniert dann nicht. Klar. Hä? Moment. Hä? Okay. Okay, was verpasse ich gerade? Das da. Genau. Also ich muss irgendwie hier rüber kommen. Das mache ich wieder so? Fragezeichen. Nee, mache ich nicht. Wie mache ich es denn? Ah... Mache ich so? Halt nie. Wie habe ich das eben hingekriegt? So habe ich das hingekriegt, ne? So. So. Und dann sind wir hier. Und dann kann ich das nach oben bringen. Dann kann ich hier drauf steigen. Und dann kann ich den da... Den... Den da. Und jetzt sind wir am Ausgang. Okay. Cool. Ah, ja. Hey, seht euch das an. Was denn? Das ist so ein schönes Bund... Oh, Alter. Das war so ein schönes Bund... Oh, guck mal. Dahinter ist eine Stadt. Uh. Upsi. Max, was hast du gemacht? Ich habe nur Steine geworfen. Ist das ein Ausgang auf der anderen Seite? Meinst du, du kannst da durchklettern? Keine Chance. Sie gefährlich aus. Hm. Das werden wir sehen. Ist hier... Da ist eins. Da... Wie komme ich an das heran? Über die vier. Über die fünf. Wo ist die fünf? Da ist noch eine vier. Wo ist denn hier eine fünf? Ah. Da oben ist eine fünf. Also wenn ich den... Ne. Wenn ich den hier hin bringe... Ne. Wie denn? Wenn da oben eine fünf ist. Moment. So. Und dann von unten aufklappen, ne? Ja. Das würde so sein. Okay. Wir kämpfen uns mal den Weg hier durch. Die vier sieht doch vielversprechend aus. Dazu muss ich dabei erstmal hinkommen. Ah. Okay. Und wir müssen die... Diese Statuen offensichtlich da drauf bringen. Damit die Tür sich öffnet. Okay. Hier haben wir eine vier. Das ist ja schon mal super. Ja. Geh da mal hin, bitte. So. Hier haben wir noch eine vier. Damit kommen wir schon mal dorthin. Das ist ja schon mal der Hände. Wahnsinn. Wo muss ich eigentlich stehen? Ach so. Passt das noch nicht? Ich kann nicht... Warte mal. Ich kann das nicht... Ach so. Deswegen kann ich das nicht aufklappen. So. Die fünf. Die fünf. Okay. Wir müssen auf jeden Fall erst die Statuen auf die andere Seite bringen, bevor ich da irgendwas machen kann. gut, 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 gut. Hier kann ich noch gar nichts machen. Moment. Kann ich schon. So. Aber das bringt uns überhaupt nichts, ne? Hm. Was ist denn auf der Seite? Da ist immerhin Energie. Die ich nicht weit genug ziehen kann. Hm. Ist ja verrückt. Okay. So. Damit käme ich schon mal da drauf. Mhm. Was machst denn du? Du kümmerst dich nur um die Tür, ne? Das ist irgendwie aber nicht das Ziel. Wenn ich dahin gehen könnte und... Die Energie... Hm. Ne, wie kann ich die Energie denn... Da oben ist auch Energie. Geht sowas? Das geht leider nicht. Geht dann sowas? Ja. Nicht so ganz. Okay. Mehr Energie haben wir hier gerade nicht. Hm. Das ist ja schade. Welchen soll ich die denn wohl zuerst bearbeiten? Also mir erschien der hier ganz verlockend, weil hier halt eben eine Energiequelle ist. Aber das scheint es ja nicht zu sein. Hm. So nicht. Und so auch nicht. Cool. Ha. Na schön. Hm. Wie kriege ich denn Energie da drauf? Guck mal, da kann ich das irgendwie wild umleiten. Aber ich weiß auch nicht genau, wohin. Hm. Okay. Ich probiere mal mein, glaube ich, mein Glück auf der anderen Seite. So. Damit komme ich da hin. Und... Hier komme ich gar nicht weiter. Die vier. Doch, ich käme da weiter. Hm. Hm. Okay, also das hier ist ja noch einfach, ne? So. Das hier ist der leichte Teil. Und dann mit den Vieren komme ich da rüber. La 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 la. Alles super. So. Jetzt ist aber die Frage, wie geht's weiter? Guck mal, da kämen wir hin. Wenn ich hier Energie drauf bringen könnte. Hm. Hm. Es muss der da sein. Ich gehe stark davon aus, dass es dieser hier ist. Da zeigt die Energie nach unten. Wenn ich die Energie da drauf bringe, bringt das überhaupt nichts, ne? Jetzt haben wir hier noch... Hier haben wir nur das da. Da oben ist allerdings auch Energie. Die ich allerdings nirgends nutzen kann. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Das war cool. Das war auch cool. Hm. Ich habe noch keinen Plan. So. Nee, das funktioniert nicht. Okay, ich komme bis dahin. Aber was nutzt mir das? Das nutzt mir überhaupt nichts. Ich sehe noch keine Möglichkeit, überhaupt einen dieser Aufzüge zu bewegen. Das ist mein Ding. Hm. Da ist auch so ein verfehltes Teil drin. Hm. Und das hier kann ich nur bis... Das kann ich bis hier hinbringen. Findet hier aber natürlich keine Anbindung. Also irgendwas sagt mir, das hier ist vollkommen unnütz. Bringt das dann was, wenn ich hier drauf steige und dann das rum machen? Nee. Hm. Das bringt gar nichts. Also ich käme noch zwei runter. Das käme auch nicht mehr bis da unten dran. Hm. Ist ja verrückt. Ja. Ey, warte mal. Hier ist noch eine zwei. Wo können die zwei drankommen? Ach, da oben? Ach, das war diese Geschichte hier, ne? Ja. So, irgendwas wird das damit wohl auf sich haben. Wenn wir diese Energie nicht mehr brauchen. Ja, lass mich mal ein bisschen experimentieren. Ah, okay. Ein Anfang ist gemacht. Da, guck mal. So komme ich immerhin bis dahin. Das ist ja schon mal was. Äh, wie kommen wir jetzt weiter? So kommen wir weiter. Ich kann dich da hinschieben. Ich kann dich auch da drauf schieben, ne? So. Jetzt bräuchte ich nur noch irgendwie da rüber bringen. Das funktioniert. Okay. So, jetzt muss ich aber auch wieder zurückkommen. Das fun... Ne, ich muss das vorher machen. Okay. Gut. Also. So. Hier drauf. Dann lass weg. Du hier hin. Und dann du da Energie. Okay. Gut. Der erste Teil ist schon mal getan. Das ist gut. Gut. Okay. 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 Gut. Hier war, glaube ich, nichts. Nee. Ah. Hier komme ich jetzt weiter. Da unten komme ich auf die andere Seite. Gut. So. Hier. Da hätte ich gerne... Da hätte ich gerne Energie. Das wird nicht funktionieren. Das natürlich auch nicht. Da oben ist Energie. Wie kriege ich dich denn umgelenkt? Wenn ich dich nochmal da oben platziere, ich kann den hoch... Nee, ich kriege die Energie nur da hin, ne? Ich kriege sie nicht auf die andere Seite. Ich könnte mich da hinstellen, aber ich... Nee, und das geht sowieso nicht, weil der hier ja jetzt im Weg ist. Okay. Hm. Muss ich jetzt schon mit den... Mit den Vierern hier arbeiten oder so? Guck mal, da käme ich bis dorthin. Bringt aber nichts. Ähm. Das bringt auch nichts. Hm. Nee, das scheint... Nee. Nee. Nee, 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 nee. Geh nochmal da oben hin, bitte. So, dann kann ich hier... Das nutzt dort nichts. So, hier hätte ich Energie. Okay. Das nutzt aber nichts. Hm. Das nutzt... Das nutzt... Nutzt gar nichts. Hm. Okay, kriege ich denn... Warte mal, hier war doch auch noch Energie, ne? Kriege ich die da... Ah, die kriege ich da rüber. Ah! Ja, 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 ja. Okay, alles klar. Gut. Die kriege ich da rüber. Da komme ich bis dorthin. Das ist ja schon... Das stelle ich mal da hin. So, und jetzt brauchen wir nämlich dieses hier, ne? Damit ich den da hin schieben kann. Kann ich die schon verschieben? Ich kann dich verschieben. Super. So, dann wahrscheinlich muss ich erst wieder zurückgehen, ne? Das hätte es gar nicht gebraucht, aber okay. Gut. Und damit... Äh, nee, warte, ist noch nicht ganz fertig. Aha. So. Und dann kann ich dich da hinziehen. So. Ja, das ist wunderbar. Aber ich möchte ja noch an den da unten ran, ne? Oh, warte. Da ist der. Okay, das heißt, ich muss erst einen Weg finden hier rüber. Das sollte doch so gehen, ne? Warte, so. Genau, dann kann ich mich da hinstellen. Und so, und dann haben wir es. Cool. Origami gefunden. Spinne. Verbring viel zu viel Zeit im Netz. Oh, wir haben sie alle zusammen. Ah, cool. Okay, sehr gut. Zurück. Ja, wunderbar. Okay. Ah. Nee. Nicht ganz richtig. Erst wieder hier drauf, ne? Das hier zurück. Ah. Das war... Was war... Welcher Teil war hier dran? Nicht richtig. Der Teil war nicht richtig. So. Hier hin. Zurück gehen. Und dann kann ich ja eigentlich auch direkt... Direkt raus, ne? Ich denke schon. So, was haben die Jungs denn da zu sagen? Die Kinders. Hallo. Na? Aha. Ey, was geht ab? Ihr sucht nach einem Ausgang. Max hat einen gefunden. Ja, ich habe einen Ausgang aufgespättert. Hahaha. Komm schon. Sehen wir uns an. Also mal gucken, was geht. Okay. Okay. Naja. Okay. Ja. Ähm. So. Und... Moment. Kommen die da nicht mit? Ich denke, die wollten auch hier raus. Ach, schön. Schönen. Mhm. Ja. Ja, ja. Äh. Das stimmt so nicht ganz, ne? So stimmt das. Ich bin. Oh, sick. Mom und Dad wussten wir gar nicht, dass wir unsere room geflogen haben. Sick, 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 sick. Ähm. Ja. So. Oh. Na nun? Was ist da los? Oh. Da ist jemand calling for help. Ist hier was drin? Nee, wer bist denn du? Was wurde denn da gerade angespült? Oho. Was fühlt ihr hierher? Haben sie dich geschickt, um mich zu retten? Ich bin seit Jahren hier verschollen. Und versuche zu meiner Liebsten zurückzukehren. Oh, okay. Mal sehen, was wir da tun können, ne? Ja, mal sehen, was wir da tun können. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis gleich. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020